Schönen guten Morgen. Es geht weiter mit Platin Projekt Nummer 7 und diesmal wird es nicht so schnell gehen wie beim letzten Mal, denn wir spielen Dismantle und wir hatten letztes Jahr schon die PS5 Version gespielt und da haben wir auf jeden Fall einige Zeit investieren dürfen, was aber auf jeden Fall extrem viel Spaß gab. Und von daher hat es sich jetzt nochmal angeboten, dass wir die PS4 Version dann auch auf jeden Fall platinieren werden. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und wir gehen rein. So, Emojis anzeigen. Ja, komm. So, im Titel stehen schon zwölf... Automated recording sent from K23, the Crown Station. Everyone will be provided a safe transit as soon as possible. So, we all do what we must, just to survive, just to exist. When our society started to collapse, I was prepared. My underground shelter was filled with food and supplies. But that was years ago. Nothing is left now. I have no idea what awaits me at the surface. But I can't stay here. All I know is that there is supposed to be an evacuation site to the east. I need to get there. I need to escape this wretched island. So, was ich noch sagen wollte. Im Titel stehen schon zwölf von 35 Trophäen. Da ich das Spiel offstream schon ein bisschen gespielt hatte. Wir starten aber natürlich auf einem frischen Save. Und von daher haben wir dann schon zwölf Trophäen erspielt. Nichtsdestotrotz werden wir alles erkunden und jede einzelne Quest abarbeiten. So. Nein, ich wollte nicht ans Lagerfeuer. Danke. So. Lesen. Drücke, Fierk, um zuzuschlagen und etwas zu zertrümmern. Verbessere deine Brechstange und zertrümmere damit Hindernisse. Finde zweimal Metallschrott, finde fünfmal Morsches Holz. Verbessere die Brechstange im Lager. Zerstöre den hinderlichen Schrank. Nehmen wir an. So. Ah, mit Kreis, okay. So, am Lager, ne? So, Rucksack, dafür brauchen wir Pflanzenreste und Stoffhetzen. So, verfolgen wir. Und die Verfolgung war auch direkt, dass wir da direkt schnellstmöglich hochpushen. Zack, zack. Okay, das können wir noch nicht platt machen. Benutzer R, um die Kamera zu steuern. Aha. So, ist natürlich jetzt ungewohnt, dass wir noch nichts zerstören können. So, bringen wir das nochmal eben schnell ins Lager. So, was haben wir hier? Blüpp. Finde Rezepte zum Kochen, okay. All working evacuation transports are outbound. Please keep calm and wait for the maintenance. This is an automated recording station in K23, the Crown station. So. 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 Karte oder so hatten wir noch nicht, ne? Die mussten wir erst finden, richtig? So. Halt, vier gedrückt, wenn du ein Nahkampfziel erfasst hast, um einen Power-Eingriff auszuführen. Drücke R, um die Zielanzeige umzuschalten. Okay. Ich sollte weiter nach Osten ziehen, aber es dürfte sinnvoll sein, mich hier erst ein wenig umzusehen. So sieht's aus. Und, okay. So, wenn wir einfach aber gucken, was wir. Oh, giờ. Oh, ich schonools Umaangemˇ. Okay. Ja, let's go, blüpp, was haben wir hier, ah, ich glaub das war ein Apfel oder so, ne? So, wir brauchen jetzt noch einmal Stoff, um theoretisch unseren Rucksack abzugraden. So, was haben wir hier, einmal Stoff, sehr geil. So, blüpp. 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 Okay. Lesen, Haltekreis gerückt zum Rennen, okay. Blüpp. So, äh, genau, Lagerfeuer. Einige grundlegende Dinge braucht man einfach, um zumindest eine Chance zum Überleben zu haben. Finde eine Landkarte beim Verbindungsturm. Verbessere deinen Rucksack, schaffe eine neue Stufe. Du hast eine neue Stufe erreicht. Kehre zum Lagerfeuer zurück und erfinde ein neues Rezept, das dir auf deine Odyssee helfen wird. Machen wir. So. Stufenaufstieg. Neue Fertigkeit erlernt. Ermöglicht die Erfindung und Herstellung von Gegenständen am Lagerfeuer. So, wir verbessern erstmal unseren Rucksack. So, das geht noch nicht. Erfinden und Herstellen. Wurfmesser. Kochtopf. Wurfmesser. Kochtopf. Okay. So. Dann sammeln wir das hier vorne erstmal alles direkt mit ein. Zack, zack. Zack, zack. Oh. Oh. Stimmt ja. Die waren ja wieder da, sobald wir am Lagerfeuer waren. So. Und wir sind schon wieder voll. Judy, da konnten wir nur kochen. Stufe 60. Okay. Pass auf, bringen wir das eben weg. Guck mal, wir brauchen nur noch einmal Keramik, dann können wir schon den Koch... Was ist los? Den Kochtopf herstellen. Blüpp. Wir packen auch direkt rein. So. Schönen guten Tag. Was gibt's hier? Stoff. Guck mal, da oben links ist noch ein Gegner. Schönen guten Tag. Keine Schnitte. So, guck mal. Kochtopf können wir direkt herstellen. Perfekt. So, guck mal. Tomatensuppe könnten wir schon mal direkt herstellen. Blüpp. So. Erste Medaille. So. Oh, was haben wir hier? Hallo. Der Hund ist nicht zu Hause. Ah. So. Nehmen wir das alles noch mit. So. Zack. Ja gut, jetzt müssen wir eh ans Lagerfeuer. Lagerfeuer geben dir Gesundheit zurück. Erwecken aber auch die Monster wieder zum Leben. Allerdings gibt es einen Weg zu verhindern, dass die Monster zurückkehren. Ne, äh, äh, Ausrüst. Ne. Hä? Ach hier. Sehr schön. Herstellungsmaterialien verfolgen. Erfinder ein Werkzeug-Satz für Verbindungstürme. Installiere eine tödliche Grenze in einem Verbindungsturm. Jo. Warte mal. Warte. Äh, warte mal. Scheiße. Äh, Erfindungen. Wo war das nochmal? Werkzeug, sagst hier. Ah, Stufe sieben. Okay. Oh. Oh, scheiße. Kochen. Okay. Haben wir. Aber unser Leben sieht ziemlich scheiße aus, ne? Oh, fuck. Na, werden wir doch nochmal kurz ans Lagerfeuer gehen. Okay. So. Ey. So, Tür zumachen. Nice. Blüpp. Oh, guck mal. Wurfmesser könnten wir theoretisch schon herstellen. Das ist blockiert. Was haben wir hier? So, jetzt haben wir die Karte. Und die Karte ist riesig. Das Tor ist versiegelt, bis die Bedrohungen in der Nähe beseitigt sind. Bis die Bedrohungen in der Nähe beseitigt sind. Okay. Nice. Nice. Dies ist der Anfang einer langen Reise. Aber zumindest ist das Fundament jetzt gelegt. Okay. So. Oh. Chill. Ich liebe dieses Geräusch, ne? Blüpp. So. Wow. So. So, lass mal gucken, ob wir Brecheisen vielleicht noch irgendwie eine Stufe höher kriegen. Dietrich. Okay. Können wir alles noch nicht einsammeln. Oh, warte, hier ist ein Lagerfeuer. Diese Welt scheint gefährlich zu sein. Um zu überleben, musst du dich besser ausrasten. Erfinde einen Kochtopf. Koch ein billiges Rezept nach. Stelle Wurfmesser her. Okay. Materialien einlagern. So, dann holen wir die anderen auch nochmal eben schnell. So, Wurfmesser können wir herstellen. So. 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 Rucksack können wir auch verbessern. Nice. So. Pass auf, wir sammeln das hier erstmal alles schön ein. So. Ab ans Lager. Stufenaufstieg. Wähle eine neue Fertigkeit. Hamsterbacke 1. Materialtaschen plus 1. Vielseitig begabt 1. Du hast beim Stufenaufstieg die Wahl zwischen 4 Fertigkeiten statt nur 3. EP durch Materialeneinlagerung plus 20%. Puh. Dadurch steigen wir natürlich schneller auf. Ich würde sagen, wir nehmen das, ne? So. Erstellen. So. Wurfmesser. Gedrückt halten. Gepäck. Das ist Blutkonserve. Frischer Blutnachschut, um dein Hämoglobin-Level stabil zu halten. Nehmen wir. Gepäck-Accessoires. Okay. So. Jetzt können wir aber dafür den Rucksack nicht mehr upgraden, ne? Diese Maßnahmen werden fürs Erste genügen. Stärker werden. So. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen sammeln. Aber unser Leben ist durch die Blutkonserve größer geworden. Jetzt haben wir drei Balken anstatt zwei. Okay. Okay. Oh, da oben ist doch so ein Spucker. Lüpp. So, aber viel mehr. Oh, doch, hier ist noch was. Nochmal Stoff. Und einlagern. So. Oh, hier ist auch Action. Wir gucken erstmal, dass wir den... Wo ist denn der... Oh, da ist der Dicke. Der falsche Torhüter. Abo, was hat der denn für ein Leben? Oh, jetzt... Jetzt kann der Dicke auch noch rennen hier. Jawohl. Sehr geil. Ich sollte mich zu diesem Verbindungsturm begeben, um das Tor zu öffnen. Ein merkwürdiger, runder und glatter Behälter, randvoll mit Energie. Okay. Okay. Ah, shit. Da brauchen wir ihn niedrig für. Ah, shit. Da brauchen wir ihn niedrig für. Schade. Hätte ja sein können. So. Gucken wir uns hier trotz... Vielleicht haben wir ja Glück. So, pass auf. Wir müssen aber noch... Mal drei Gegner noch. Dann könnten wir Brecheisen auch direkt. Au. Ah, der hat hier nur Stoff. Ah, guck mal hier. Hm, der hat auch nur Stoff. Shit. So, wir sind aber eh voll. So, wo war Lagerfeuer? Hier. Nee, PS4. Yo. 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 Wie geht's dir, mein Freund? So, dann nehmen wir die Klamotten ja noch alle mit, bevor wir die Upgrades machen. Okay, das kriegen wir nicht. Das auch nicht. Okay. Hattest du mir gestern gar nicht mehr auf Discord geantwortet, ne? Immer? Nee, ich hab diese Woche Urlaub. Diese Woche hab ich, äh, Urlaub. So. Nein! Morsches Holz fehlt jetzt. Shit. Ja, genau. Du hast mich erwischt. So, dann gehen wir erstmal zurück zum Verbindungsturm. Osttor öffnet. Nein, bitte. Ich sollte mich zur Evakuierungszone begeben. Ich kann ja später nochmal herkommen. Sender. Erfinde einen Werkzeugsatzverwendungstümer, um diese Option freizuschalten. Sender haben verschiedene Auswirkungen auf ihren Empfangsbereich. Monster können damit permanent getötet werden, sodass sie nicht immer wieder neu erscheinen. Jo. Ah, okay. Pizza. Ich will auch Pizza, sagt er. Am frühen Morgen. Oh, oh. Ja, perfekt. Perfekt. Und man steht bei dir heute noch Schönes an. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Doch, kenn ich zu gut, aber die Zeiten sind vorbei, du. Kenn ich. Ich liebe mich. Sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 Da sind die Rätsel Ja, ich wollte eigentlich erst heute Abend online kommen Weil ja heute die neue Staffel von Drive to Survive rauskommen sollte Aber die ist leider noch nicht online Also muss ich mein Tagesprogramm heute ein bisschen umswitchen Deswegen bin ich jetzt live In der Hoffnung, dass ich dann heute Abend Drive to Survive gucken kann Untersuche die Evakuierungszone Erstmal Feuer machen hier Neue Erfindung Schaufel Neue Erfindung Taschenlampe Schlafsack Ja, lass uns das mal angucken So Fang an Pilze, Vogeleier und andere nützliche Ressourcen zu sammeln Die du in der Wildnis findest Schaltet das Rezept für Tierleckerchen frei Tierfreundlichkeit sorgt dafür, dass Tiere sich weniger vor dir fürchten Ja, das war glaube ich auch eine Trophäe, ne Da musst du irgendwie 20 oder 25 Tiere füttern Wir nehmen aber erstmal den Sammler Erfinden und herstellen So Schaufel Nehmen wir Base Cap Ja, wir müssen es oder so alles herstellen Also von daher Finde einen beliebigen Verbindungsturm Um nach anormalen Signalen zu scannen Ja Ne, aber ohne Scheiße Ich hab voll Bock Ich hab voll Bock Auf das Game So Ja, wir müssen ja erst wieder zurück, ne Müssen ja erstmal scannen Für die Quest Blüpp Wir müssen ja eh Stufe 7 erreichen Dass wir diese komische Werkzeug da herstellen können Warte mal Ich hab Ja doch Da sind ja glaube ich wieder neue Skin-Pakete gekommen, ne Ich meine, ich hab da irgendwas gelesen Ja, so sehe ich natürlich was So Lass uns mal gucken Weil das hier noch Schönes gibt Ja, so sehe ich noch nicht Ja, so sehe ich noch nicht Äh, warte mal, wie kommen wir denn jetzt hier? Ah, hier. Ich würde sagen, noch lassen wir Bambi in Ruhe, ne? Aber stand denn schon ein Release-Zeitraum dafür fest? So, hör auf. So, brauchen wir für das Brecheisen morsches Holz, ne? Müssen wir gucken, ob wir hier ein paar Stühle noch platt machen. Ähm... Okay, einer noch. Na, okay. So, Brecheisen können wir auf jeden Fall herstellen. Scannen nach Anomalien. Ich sollte überprüfen gehen, was das Signal jetzt sagt. Untersuche das anormale Signal. Machen wir. Ah, okay. Wo war denn hier das Lagerfeuer da oben? So. Aber ich sehe gerade, wir müssen uns doch um Bambi kümmern. Was brauchen wir für den Rucksack? Fünfmal Fell. So, Metallschrott und Keramik. Ja, da fehlt ja auch nicht mehr viel, ne? So. Okay, gehen wir erst mal weiter. Ach, da war ein Bambi. Hier sind ganz viele Bambis. Tut mir echt leid. Aber ich muss meinen Rucksack upgraden. Knochen. Scheiße. Ich brauche Fell. Fell, 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 Fell. Boah. Der Kleine verarscht mich hier. Gibt es nur Fleisch. Okay, also die Kleinen können wir leben lassen. Äh. Ja, perfekt. Zweimal Fell noch. Aber es fehlt noch jede Menge Plastik. So, schon mal einlagern. Abo. Ja, perfekt. Du Arschloch. Blöp. Was zockst du jetzt eigentlich? Immer noch Bloodball oder... Du wolltest doch auch dieses... Wie hieß das? Company of Fear oder so? Wolltest du doch auch zocken, ne? Oh, hier ist ein Totenkopf. So. Zap, zap. Guten Tag. Ups. Da hat der D-Max nicht aufgepasst. Guck mal hier. Pilze. Ah, ja. Ja, aber kann halt sein, dass ich hier total falsch laufe. Ich meine ja nur. Irgendwie schon, ne? Oh, hier sind nochmal Pilze. Gehen wir mit. Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber danke, dass du das richtig gestellt hast, Himbeer. Ja, wir sollen erst mal gucken, dass wir unseren Loot wieder kriegen. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Gehen wir mit ihm. Gehen wir mit. Ich bin grâce. Gehen wir mit. Gehen wir mit dem Geld. Okay. Okay. Ich glaub mir ist mal alles gegangen. Wir bräuchten noch ein bisschen Keramik, dann könnten wir das Brechersendreck nochmal upgraden. So. Oh ne. Guck mal, Baseball Cap können wir schon herstellen. Aber dann ist unser Plastik wieder weg, ne? So, erstmal wegbringen. Können wir auch schon kaputt kloppen? So, hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Ne doch, da waren wir. So. 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 Schon wieder voll. Guck mal, und Schaufel könnten wir auch machen. Ja, guten Morgen. Äh, wenn wir jetzt die Schaufel machen, ne? Dann können wir aber die Brech... Ne. Ne, 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 ne. Wir machen erstmal Brecheisen. So. So, den hatten wir, ne? Wo müssen wir denn jetzt lang, hier, ne? So. 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 Das können wir alles noch nicht kaputt machen. Brechersen können wir Stufe 3 machen. Oh, guck mal hier, die ersten Elektronikteile. Blüpp, blüpp. Blütt. Blütt. Bl eyeshadow. Blütt. Los zus. So, wir bringen das erstmal alles weg. Äh, man müsste jetzt auch die Tür treffen, dann wird das auch funktionieren, habe ich gehört. Warte mal, hier können wir noch was machen. Achso. Schon wieder voll. Jetzt sind wir nochmal zurück. Jetzt sind wir wieder zurück. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab's befürchtet. Ich habe es befürchtet. Shit. Nein, nicht schlimm. Können wir zumindest jetzt unsere... So, Materialtasche plus 1. Nahkampfschaden gegen Monster plus 5%. Ja, ich wusste, dass der stark ist. Aber ich wollte jetzt einfach einmal probieren. Ich würde sagen, wir nehmen Kämpfer, ne? So, erstmal Brecheisen. Wichtig und richtig. So, jetzt fehlt noch zweimal Fell. Okay. So. Dann die Baseball-Cappy. Schaden abblocken plus 5%. Gepäck ausgerüstet. Das ist doch schon mal was. So. Schaufel. Ah, da fehlt jetzt wieder Plastik. Okay. Okay, 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 okay. Tja, nochmal... Sachen aus dem Boden aus. Sichel. Damit können wir die Blätter besser platt machen, ne? Okay, Schlafsack. Ermöglicht es dir, an Lagerfeuern zu schlafen. Nach einem Schläfchen erhältst du für kurze Zeit den Bonus-Effekt ausgeruht. Pass auf. Stellen wir erstmal her. Dann haben wir das schon mal. Ist das schon mal weg. Okay. So. So, okay. Dann versuchen wir jetzt nochmal... Unser Glück. Ah. Sollen wir nochmal Bambi versuchen? Ja. Boah. Ja, jetzt bist du fällig. So, Fell haben wir schon mal. Das ist doch schon mal gut. Warte mal, da waren noch ein paar Eier. Hab ich gesehen. Nehmen wir mit. Oh, scheiße. Boah. 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 So, die Eier haben wir. Und unser Leben sieht schon wieder scheiße aus, ne? Jetzt müssen wir uns erst wieder hier durchboxen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, den Spucker. So, den haben wir. Scheiße. Bloß Tür zu machen. So, klopfen wir das schon mal kaputt, dann können wir da gleich auf den Rückweg mitnehmen. In der Hoffnung, dass drüben noch eine Kiste ist hier. Oh, ja. So, die Eier haben wir jetzt noch mal kaputt. Oh, ja. 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 Alles für die Erfahrungspunkte. Alles für die Erfahrungspunkte. Dafür brauchen wir einen Experten-Dietrich. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch genug Plastik. Aber hier... Ja, wenn wir das einsammeln, müsste das, glaube ich, reichen schon, ne? Für das nächste Upgrade. Für den Rucksack. So, okay. Gucken wir erstmal, dass wir hier weiterkommen. Gedrückt halten zum Aktivieren. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Da haben wir auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Wir machen erstmal Material einlagern. So. Anmachen können wir das ja, ne? Wir dürfen uns nur nicht hinsetzen, damit die Viecher wieder spawnen, richtig? Ah, sehr schön. So. Der Durchgang ist offen. Warte mal. Warte mal. Wie kommen wir jetzt? Warte mal. Wir müssen dann hier durch. Warte. Versuchen wir mal. Äh, was hast du geschrieben? So. Pass auf. Versuchen jetzt die... Äh... Kiste zu bekommen. Ja, so wird halt schon mal nix, die Max. Nice, guck mal. Erste Kiste da haben wir. Ja, guck mal. Da liegt noch Plastik, ne? Aber das ist, glaube ich, immer noch nicht genug. Da liegen nur Blätter. Aber wir sammeln das erstmal als einer Zeug hier. Dann sind die beiden Kollegen doch hier auch wieder da, ne? So, müssen wir nochmal hier rein. Zack, zack, zack. Guck mal, die Schaufel könnten wir schon herstellen. Da können wir auch noch nix mitnehmen. So, das. Das, das. Haben wir. So, jetzt fehlt noch einmal Stoff und fünfmal Plastik. Für unseren Rucksack. So, oh, warte mal. Was haben wir hier? Ein Ei. So, Tor öffnen. Das Tor bleibt versiegelt, bis die Verbindungsrelais aktiviert werden. Das Terminal braucht eine Authentifizierung vom Kronensender, aber die Verbindungsrelais sind nicht aktiv. Flucht von der Insel. Okay. Okay. Blockiert. Guck mal, Rucksack können wir herstellen. Wir nehmen alles mit. Alles. Experten, Dietrich. Okay. So. Ausrüstung verbessern. Rucksack. Damit sind wir schon wieder pleite. So, okay. Ja. 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 Ja, dann gehen wir hier hin, ne? Verbindungsrelais. Okay. Also nach oben. Scheiße. Ich mag die Spuka nicht. Ja, perfekt. Nein! So, wo müssen wir lang? Hier. Hier noch mal Pilze. Nehmen wir mit. So. Was haben wir hier? Tankstelle. Nein. Stufe 6. Neuerfindung. Verbände. Und hier. Gathering points for the evacuation have been established. Please move to your designated area. Take only what you need. This is an automated recording set from K23 to the ground station. This is an automated recording set from K23 to the ground station. Das war nicht so hard. Das war nicht gut. Das war's für heute. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal zurückgehen sollen. Merkwürdig. So, hoffen wir, dass wir gleich hier irgendwo ein Lagerfeuer haben. Shit. So, hoffen wir, dass wir hier ein Lagerfeuer haben. So. Hof der Familie Packard. Ah, Gott sei Dank. So, doppelte Chance beim Sammeln. Plünder erhöht die Chance beim Suchen zusätzliche Materialien zu finden. Nehmen wir. So, konnten wir jetzt irgendwas herstellen? Ne, ne? Ne. Okay. So. Oh. So. 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 Das war's für heute. Wir müssen auch noch die Materialien von der Tankstelle holen. Dann können wir das hier auch kaputt machen. Erfinde den Samenbeutel und stelle ihn her. Pflanze einen Samen ein, ernte die Feldfrüchte. Grundlagen des Ackerbaus. Samenbeutel. So, wo haben wir ihn? Da. Shit. Okay, Schaufel. So, du hast ein weiteres Werkzeug für die Haupthand hergestellt. Du kannst mehrere Werkzeuge anlegen und schnell zwischen ihnen wechseln, indem du Falltaste links drückst. Damit gräbt man Sachen aus dem Boden aus. Ein Loch in dem Bodengraben mit Viereck. Okay. So, jetzt könnten wir... Können wir nicht. Uns fehlt... verwahrt Stoff, ne? So. Was haben wir hier? Wir dürfen die Tankstelle nicht vergessen. Machen wir erstmal hier Kleinholz. Blöp. 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 So, und dann gehen wir eben schnell zur Tankstelle. Wir holen uns die Klamotten. Dann werden wir wahrscheinlich zweimal laufen müssen, weil wir haben auch noch die Eier da liegen. Und das Fell. Wenn du jetzt noch triffst, D-Max, das wäre fantastisch. Ah ja, jetzt sind die auch wieder da. Ja, ich bin ausgewichen. Das hat hier alles nicht kaputt gemacht. Oh! 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 So, ich glaube, da kommen wir mit einmal gar nicht aus, ne? Äh, zweimal. Ja, jetzt schon voll. Aber die Taschenlampe könnten wir schon herstellen. Aber dann wären auch die Viecher wieder alle da, ne? Okay. 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 Wieso waren wir denn hier noch nicht drin? Nein, wir können wieder nicht alles mitnehmen. Nein. Nein. Shit. Nein, nicht schlimm. So. Und noch einmal. So. 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 Oh. Tja. Tja. Tja, Tja. 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 Tabula Rasa Jede Menge freier Platz Ich nehme an, ich könnte hier einfach irgendwas bauen Wir gehen aber erstmal ins Lagerfeuer Ich nehme an, 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 ich nehme an